So viel Realismus wie möglich, das wäre die nächste These des Naturalismus. Also man kann natürlich niemanden zum Realisten zwingen, zum Realismus zwingen, das ist klar. Also es gibt Leute, die haben da eine ganz eigenartige Vorstellung, aber in den Naturwissenschaften hat der Realismus seinen ganz großen Vorteil. Also der Realist kann gewisse Dinge erklären, die jemand, der die Welt für rein konstruiert hält, nicht erklären kann. Er kann zum Beispiel erklären, warum gehen nicht alle unsere Wünsche in Erfüllung? Warum gelingt uns nicht alles, was wir anstreben? Und woran scheitern wissenschaftliche Theorien? Auf die letzte Frage gibt es eine ganz kurze Antwort. Naja, weil die Welt eben anders ist, als wir erhoffen, vermuten und erwarten. Und warum liefern unabhängige Messmethoden für Naturkonstanten dieselben Werte? Naja, weil offenbar die Theorien, die wir über sie haben, immer näher und näher an das heranreichen, was tatsächlich der Fall ist, also was tatsächlich funktioniert. Warum erweist sich eine von vielen Theorien als die am besten? Diese Konvergenz von Forschung, die man ja kennt, wenn Sie sich mal die Geschichte der Naturwissenschaften anschauen, dann sehen Sie das ja, am Ende bleiben jedoch nur ganz wenige Theorien übrig und unter den ganz wenigen dann meistens eine, die die ganze Sache weiter und weiter trägt. Also offenbar ist ja in dieser Konvergenz der Forschung, also in dem Zusammenfließen von vielen Strömungen in eine einzige Theorie. Da steckt ja offenbar was dahinter. Wenn man sich überlegt, das wäre ja der planke Zufall, wenn es reine Konstruktion wäre, was Naturwissenschaftler tun. Denn es gibt so viele Menschen auf dem Planeten Erde, die Naturwissenschaften betreiben. Wenn die alle ihre eigene Natur konstruieren würden, dann wäre es eigentlich kaum vorstellbar, dass die sich auf gemeinsame Theorien irgendwie einigen können. Eine andere hochgradig interessante Frage ist, warum ist unsere Suche nach Invarianten? Also nach Konstanten, die sich nicht verändern, also nach Naturkonstanten. Lichtgeschwindigkeit, das Planck'sche Wirkungsquantum, das ist die Zahl, die beschreibt, wie die Energie in unserem Universum gequantelt ist, wie sie in Portionen gepackt ist, die elektrische Ladung. Wieso ist die Suche nach Naturkonstanten, nach allgemeinen Naturgesetzen oder Größen, die man Erhaltungsgrößen nennt, in der Physik eigentlich so erfolgreich? Eine Erhaltungsgröße ist eine Größe, die erhalten bleibt. Da gibt es zum Beispiel den Energieerhaltungssatz. Ich kriege keine Energie irgendwo erzeugt, das gibt es überhaupt nicht, sondern ich kann nur eine Energieform in eine andere verwandeln. Das geht. Aber am Ende ist die Gesamtenergie eines Systems eine Konstante. Es gibt andere Erhaltungssätze, den Impulserhaltungssatz. Wenn ich nach vorne drücke, muss ich mich nach hinten bewegen, gewissermaßen. Aktio gleich Reaktio, Kraft und Gegenkraft. Es gibt noch viele andere Erhaltungsgrößen. Wie kommt das, dass wir so unglaublich gut sind in der Suche nach solchen wirklichen Invarianten, schon fast ewigen Größen? Für den Realisten sind gerade solche Invarianzen ja Hinweise auf die Objektivität von Erkenntnissen. Sie hängen eben nicht vom Subjekt ab. Sie sind eben nicht nur auf eine Person bezogen, auf dessen innere Wirklichkeit, sondern auf mehr. Also, diese Objektivität von Erkenntnissen hat was mit dem Wirklichkeitsbezug und der Unabhängigkeit vom erkennenden Subjekt zu tun. Die Naturwissenschaften sind der Meinung, dass das, was sie erforscht haben, tatsächlich herausfinden konnten, was in der Welt ist. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und dass Sie jetzt diese DVD angucken, wie gesagt, ich habe es Ihnen ja schon erzählt, hat was mit Quantenmechanik zu tun. Und Sie bilden sich das nicht ein. Ich spreche hier tatsächlich zu Ihnen. Können Sie blind buchen. Können Sie wirklich, ja, können Sie sicher sein. Und auch diejenigen, die es nur hören. Ich spreche hier tatsächlich. Da steht jemand hinter der Kamera. Und jemand, der mir das Mikro angemacht hat. Das gibt es tatsächlich. Und Sie gibt es auch. Also, wir wollen hier nicht über die diversen Varianten von Realismus reden. Das würde Sie wahrscheinlich genauso langweilen, wie mich es auch gelangweilt hat. Warum soll es denn da so viele geben? Entscheidend ist, es gibt, ein Realist ist jemand, der gewissermaßen davon ausgeht, dass um ihn herum eine ganz klare Welt existiert, die nach ganz klaren Gesetzen funktioniert. Und diese Welt kann man erfahren. So.